und hallo herzlich willkommen wieder bei nächsten let's play event guten sacks wir spielen natürlich heute one piece running blood und wir machen heute weiter denn mit steckbrief meister der donos machen wir das wer hat gegen engel gekämpft natürlich kein zweifel das war raffi allein gehen wir machen wir jetzt machen wir ein bisschen unfehlen methode raffi gegen engel und nami stand so yes aha Die Antioch gott von der Vampia. So! Oh, 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 oh. Alda! Naaas! Super! Super! Ey ohne Scheiß! Ey wir sind ein Verarschenengel Ey der ist ziemlich hart Hallöchen der HZ 24 0 8 Yo ich ja weiß ich bin nicht OP Komm Ja der trifft mich immer der Bastard Alter willst du mich verarschen RetoHawk Du bist tot! Geil! Geil! Du bist tot! Geil! 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 Ja Endlich geschafft! Ich bin so nicht so OP wie ihr habt gedacht Geil! 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 Alter der Engel war nervensehe Geil! 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 Diesmal! Nämlich! Giggomore hat die Ruffy gekämpft Und gegen Perona hat denn Lysopel gekämpft Machen wir so Lysopel und Ruffy So, Hallöchen Ja, ja, scheiße, hab ich Die nerven mich also. Eww, der nächste Moria nervt. Aber ah ja, schön. Egg. Die sind schief man, ich bin der Werken. Ich bin der Werken. Was? Die Werken! Die Werken! Das ist der Werken! Der Werken! Ich bin der Werken! JETZ! Ich geh zu weg, Peruana! Ich habe mich nicht getroffen, Kai! Ich habe keine Treppe geglaubt! Na ja, gefällt dir der so über die Scheiße, finde ich. Der leckt sich jetzt auf dem Stream. Abartig. Oh, da war ich noch bei mir jetzt nochmal so. Oh, es. Hab ich nicht gedacht. So, nächstes. Eckbrief. Was? Magische Zahl 20. Okay. Jo, wieso nicht? Komm, vielleicht schl- Schlagen wir die tot? So, wir, äh, wir gehen. Balto Romeo. Wir gehen den Kit und Samji. Gehen wir auf die Risiko? Was mag ich bloß? Ich spiele, ob ich nur, äh, Ruffy nehmen einfach. Nehme ich dass Auto auch. Und... Baro Baro, äh, hab gegen ihn gekämpft. Hm... Ah, nehme ich Low. Die ist auch gut. So, wir haben ihn. Frau, Frau, es gibt keine Frau. Oh, ja. Ich habe ihn. Hey. Was ist das? Ich glaube, ich werde nicht bleiben. Los geht's! Ich werde jetzt hier. Yo! Komm her! Jump! Hop! He had a pistol! I tried to do you wanna fire there. Wow, I got a rifle! Oh, I got a gun! Oh, get off! Wow, I got one! Okay, I got one! stutt okay Ich habe mich nicht geholfen. Ich werde kurz vor kurzem gehen. Die Welt! 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 Geheber wir übermerden uns! Schleche! Schleche! Ich bin schon mal, ich bin schon mal Geduld! Geld zu nicht! Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Oh, jetzt mach ich nur zu hoch, oder? Jetzt. Fertig. Finish. Alter. Alter, das ist so irgendwie langweilig ein bisschen, weil ich laber gar nicht. Naja, heute habe ich ja irgendwie so einen Tag, dass ich laber wenig. Aufsteht! So. 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 Äh, yo. Ah, haben wir. Okay. Rote Nase und blaue Nase. Nase, Leute. Super. Blaue Nase und rote Nase. So. So. Buggy. Mach mal so. Ja, gute Raffi. Gegen alle. So. 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 Das war's. ok alter was war das denn wie scheiße hallo ja ich habe zu viel gespielt könnte ich mit den letzten einfach spielen nicht der mit den vor mir allah wie viel schaden Come on! Komm! Fertig! Super! Red, du huck! Ey, der schwelter ist ja jetzt schon hart. Ja, wieder mal ab 5. Endlich. Mihon. Ja. So. So, Leute. Ich werde sagen, das war's und wir sehen natürlich nächste Mal morgen. Seid fit, seid cool und zeug nicht zu viel. Ciao.